AHHHHHHHHH Hallo Leute Willkommen zu Call Of Duty Advanced Warfare und das Beste Endshow Ever Hallo Best Endshow ever Heute mit next a boy Hallo Wir haben eine Wette Eine Wette Eine ziemlich zerstörerische Wette Auf alle Fall wenn man ein Gamer ist Nämlich Werden wir jetzt Call Of Duty Advanced Warfare online spielen Immer zu zweit Wir haben bis jetzt noch nie gespielt, aber immer nur zur Zeit werden wir das spielen. Und wer zuerst Prestige-Knöpfchen drücken kann, der wird gewinnen. Gewinnen! Explizit, wer zuerst drücken kann. Das heisst, auch wenn wir beide gleichzeitig Prestige erreichen, wer zuerst diesen Scheissknopf drücken kann. Und was der Gewinner dann sagen kann, ist, was der Verlierer machen muss, ist, der Gewinner sagt dem Verlierer, ein Spiel, das er spielen muss. Oh ja. Also, dass er komplett durchspielen muss, ein schlechtes, so... Also, irgendeines, irgendeines eigentlich, muss nicht mal ein schlechtes sein. Also, muss nicht mal ein schlechtes sein. Okay. Einfach bitte nicht Skyrim, danke. Wir schliessen grosse, lange Spiele aus. Grosse, lange Spiele, okay. Du musst jetzt Skyrim fertig spielen. Ganz durch! 300 Stunden mindestens. Ja, tippt übrigens drei, drei Jahresjubiläum. Yay! Ähm, go Skyrim. Ja, auf alle Fälle muss ich dann, der andere, das Spiel durchspielen und dazu ein SD gespielt machen. Und wenn nicht mehrere, je nachdem. Und einfach ein Let's Play. Sagen wir, ein Let's Play. So ein richtig langes Let's Play. Okay, ein richtig langes Let's Play. 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 Shoutouts jetzt festgelegt. Ähm, ich hab bereits die OP-Waffen genommen, weil, ähm, ich Streams geschaut habe. Oh. Oh shit! Ich hab auch schon alle Laps, weil ich mich vorbereitet habe. Ich hab, ich hab eine Stunde in der Übung gespielt. Yay! Die Hälfte davon war, versucht das Spiel, das Spiel aufzunehmen. Ja, aber das funktioniert nicht mit dem Spiel. Übrigens, Traps hat nicht funktioniert, also habe ich die X-Story gekauft. Also. Kauft das, wenn ihr Videos macht, weil das ist besser. Okay. Wir machen, glaube ich, immer zwei Spiele per Episode und, ähm, ich, ich wähle heute die Spiele, die wir spielen werden. Okay. Und zwar zuerst cool confirmed, weil ich das immer in Blackhide cool gefunden habe. Okay. Sorry. Okay. Und dann, äh, no games found. Ah. 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 Ah, warte mal. Ah. Es könnte ein Problem werden. Yes! Wow! Oh, gosh. Oh, gosh. Level 50, ich glaube, das ist das, was wir wollen. Muten. 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 Du kannst alle muten. Im, in Settings. Das ist das erste, was ich gemacht habe. Mute all. Alle muten. Bitte, yes! Oh, die haben ein paar cool, da sieht einer wie der Typ aus. Typ aus. Ich habe alle gemutet. Nice! Du kannst in Einstellung, unter Voice Einstellung kannst du. Ja, ja, ich habe alle, ja, habe ich jetzt gerade, ja. Junge. Mensch, 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 Mensch. Also, ihr seid jetzt auf YouTube. Was? Ihr seid, ah, genießt eure Zeit auf YouTube. Die ganzen zehn Sekunden, die ihr hattet. So. Ihr Russen, es waren irgendwelche Russen. So, was haben wir, wir spielen nicht Dota. Sieh. Wir spielen nur die Amis. Und ich brauche ewig, um das Teil zu werden. Wir spielen nur die Amis. Ich meine, England spielt Fifa. Mein erstes Spiel in diesem Spiel. Amerika spielt Cont. Deutschland spielt Battlefield. Russland spielt Dota. Ich bin noch nicht im Spiel. What the fuck? Oh, Gott. Ich bin gestorben. Best game ever. Okay, das ist schwierig mit der Framerate. Was? Geht's nicht? Oh, Gott. Ja, ich habe mich handig gehalten. Nein, es muss einfach noch ein bisschen laden. 3, 1. Oh, one-shot-kill. Fuck yeah. Was ist das ein Kill? Ja. Nein. Au. Scheiß-Sniper. Wir haben keine Fah- Ich muss Objective spielen, dann bekomme ich X-Fat. Oh, Mann, ich habe eine Shotgun-Strat. Die ist witzig. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Wie macht man eigentlich Messen? Wie messet man? Kann man Messen in den Fass? Nein, Schellen? Ja. Ja, ich habe es. Ja, du kannst sie punchen. Oh, gosh. Oh, gosh, wie ich auf Schellen bin. Hey, fuck. Oh. Was? Nein, ich habe mich doch getroffen. Ich habe so einen geilen Jump gemacht. Aber nein, ich habe... Hm, jetzt wird deprimierend. Ah, fuck. Ich bin wieder gestorben. Oh, gosh. Es ist nur der Anfang. Wir werden zerstören. Irgendwann sagen, wenn wir das Spiel spielen können. Wart mal. Oh, Mann. Äh. Oh, ich habe es geschafft. Ich bin einfach Blacklight gewohnt. Ich bin am Ding einnehmen. Ich habe schon lange... God, stirb. Äh. Oh, XP. Ich bin nicht so traurig. Oh, God. Oh, sie kann... Ah, okay. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe etwas Neues gesehen. Ach, von wo? God. Dammit der Scheiße. Ich habe einen gesehen. 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 Oh, God. Es war nicht schmau. Die Leute sind so gut in dem Spiel. Bist du dich am Konzentrieren? Nein. Was? Oh, shit. Was? Was ist das für ein Scheiße? Oh, God. Ich... Ich... Ich habe keine Ahnung von Match-Tests. Was ist nicht beruhigt? Ich bin am Rumspir... Nein, 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 nein. Scheiße, nein. Das funktioniert nicht. Eine Taktik funktioniert nicht. Was ist das für eine Taktik? Shotgun-Taktik. Ah, Shotgun-Taktik. Ja, das hat dich vielleicht auch benutzt. Okay, nein. Da kann ich nicht hoch. Ich habe einen gesehen. Au. Was? Hinter mir. Arschloch. Ich brauche Sides dringend. Was? Oh, near-death-kill. Fuck yeah. Hey, hallo. Hallo. Ich bin tot fast. Ich werde ein bisschen campen. Irgendwo. Der ist tot. Okay, der ist schon tot. What the? Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Meins, 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 bitte stirb nicht, Junge! Oh gosh, wird demoliert. Ich bin fortiert! Was? Aus Gründen. Ja, ich bin zu viel geschoben, wahrscheinlich. Oh man, wie wächst ich mein Loader? Oh mein! Gaaah! Wächst ich mein Loader? Wie heißt es nicht? Ability calls duty prostitution. Ah! Drei Leute! Warte, ich hab Shifter abgedrückt. Wieso hab ich das noch auf Shifter eingestellt? Jo! Wieso benutze ich Leiten in dem Spiel? Wieso? Warte, nimm mir den Punkt ein, Junge. Komm hier. Go, go, go. Team play. No, no. Was? Wir sind nicht gestorben. My nurse to kill while I'm one shot kill. Ich bin stolz darauf. Ja, halb time. 16247. Pro gamers hier. Was? Wir sind nur zu dritt. Wir sind nur zu dritt, Junge. Oh. Oh. Aber alle schlechten Spieler in einem Team und die anderen im... What the? Was ist das für eine Scheisse, Mann? Ich wechsle das Loadout. Hallo? Okay, dann halt nicht. Was? Wir sind zu dritt. Was ist die Scheisse? Was? Die anderen sind scheisse oder wir sind scheisse? Nein, wir sind zu dritt. Was soll die Scheisse? Das frage ich mich. Ah, was soll die Scheisse? Ich werde scheisse. Ah, nein. Ich kann nicht in den Mauch hinein. Okay. Du hast gelernt. Oh mein Gott, wir werden einfach immer sterben. Ah! Das ist unser erstes Spiel und wir werden... One Point Blank. One Shot Kill. Wenn ich jemanden einfach von nah treffe, dann werden wir einfach tot. Yeah! Ich hab ein Kill gekriegt. Taking B! Fuck! Wir sind am Campen übrigens. Oh gosh. Oh gosh. Es ist das Spiel. Ich hab' nicht... ...un… ...ge trouble chaft. Oh god, die connection. Was? Autsch. Auge, der hat mich gerade in mein Gesicht gepuncht. Wie macht man den Punch? Komm, ich helfe dir! Ich weiß nicht, welches Button dort ist. Nein! Was? Nein! Wurde! Double Kill! Yay! Wir geben Leute gerade 6p fest, die auch schon! oh god ich das hasse oh oh god oh god ich bin getroffen ah ich hab versucht den Knopf zu drücken ich hab gefällt fuck you and your drop shot oh kill them fuck you I'm awesome ich bin episch doch nicht bin ich besser als du? ich bin besser als du du bist besser als du als ich sag mir dass ich mehr XP bekommen habe wieso? oh achso du hast gecaptured drei captures ich hab das Spiel gespielt achja stimmt scheisse wieso? ich wurde eben getötet als ich es versucht habe ich bin rank 2 ich auch ich bin private 1 nun ich bin rank 3 rank 2 exostim ich bin rank 3 ich bin rank 3 ehm war das jetzt schon? noch eins? oder noch ein anderer game mode noch eins JAS schau dir das an es sind Leute hier ja cool also schafft das Spiel 5 gegen 6 also 6 gegen 6 ja es schafft es schau mal ne boom es kann 5 gegen 5 es kann rechnen 2 3 4 5 1 2 3 es sind darum noch 2 rausgegangen vielleicht am Schluss oh mach das auto balance na gut wir sind im team mit 6 leuten also 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 suck it noobs du kannst übrigens speed reloaden wenn du zweimal auf reload tappst dann kannst du speed reloaden dann gehts reload schneller aber du verlierst die Kugeln die du in deinem Magazin hattest jep jep 5 minuten mehr habe ich das vergessen 5 minuten spiel ich hab keine ahnung was jerry gesagt hat 8 7 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 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 6 5 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 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 8 9 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 Der hat gern einen Double Kill mit dem Launcher gekriegt. Spasti. Er hat gecheatet. Er braucht Launchers in einem Spiel mit Schusswachen. Spasti. Ich kann nicht schießen! Stopp! Was? Bist du nicht gestorben? Ja. Er ist wahrscheinlich gestorben. Wahrscheinlich ist er gestorben, ja. Come back! Medaille! Was sind Gründen? Wie ich nicht verstehe, weiß ich nicht wie viele Gründe. Oh man. Oh Herr Char, Kingslayer! Ich bin wie... Ich bin der Kingslayer! Ich bin wie der andere Spasti aus Game of Thrones. Au. Au. Der Kingslayer hat mich die Kingslay. Kingslay-ception. Ach Mensch. Scheisspiel. Scheisspiel! Ne. Sprecher! Drauf! Oh, das war cool. Gibt's gut. Ha. Okay. Es war nicht gut. Oh. Scheisse. Da, 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 da. Da, da, da... Ja, da, da, da... Au! Ah! Schi... Ich habe den Pferden genommen. Okay, brak. Ich brauche nur ein Kaffee. Ich brauche nur ein Kaffee. Oh, ich habe den Pferden genommen. Oh! Oh, das ist ja. Das ist ja. Nein, das ist nicht gut. Einnehmen. So froh bin ich. Da sind die Leute. Eingenommen. Ein richtiger Teamplayer. Ich auch, ich war auch da. Scheiß auf dich du mit deinem Kack-Rocket-Launcher. Kannst mich mal ins Gesicht. Der ist da am rumlegen oder binde sich. Nein, das ist der. Definitiv. Der Skorpio-Typ. Ich weiß auch nicht. Skorpio-Boost spielt auch. Ich werde langsam gut spielen im Spiel. Ja, sagt man doch immer. Dabei bist du noch ein unglaublicher Noob. Hey, Big Daddy spielt das. No Tail. Wahrscheinlich. Der ist der Beste in jedem Spiel. Sprecher, du kannst das immer noch rein. Weisst du das Shit? Manually drücke ich um meine Granate. Manuell zu detonieren. Und dann. Jedes Mal. Lass ich dazu einfach auf. Noch eine andere Waffe. Plötzlich hab ich keine Shotgun in der Fänger. Ne ich mag meine Waffe. HAH! Ah! Oh, gosh. Sie haben mich gerade gemesset, das Spassi. Kasse dich! Ja, got him, Kingslayer! Schau auf, ein Kingslayer. Oh, nein. Kingslayer wird. Er ist gerespawnd, dann wollte er mich unbedingt töten. Yeah, Kingslayer! Wieso scheiss hier Black? Kann ich gar nicht töten. Kannst du bitte sterben? Ist sehr nervend. Ah, ich hab noch was da hinterher genommen. Nein! Mann. Das war witzig. Hey, look around the top 2! Ich bin erster Platz! Fuck you all! Ich bin Level 5! Wieso bist du schon Level 6? Ich weiß nicht! Ah, wah, w- 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 wha- What?! Wie hab ich das verdient? Wieihihi! Oh man... Wie hab ich das verdient?! ich glaube das geht nicht lange diese Serie wenn es bis Level 30 ist keine Angst, oh ich habe neue Assault Drive bekommen Yeah Level 5 ich habe viele Scheisse bekommen du kannst, gib, wow, Sachen ja hast 12 Shotgun ok du musst aus diesem Spiel raus damit wir unsere XP vergleichen können und uns darüber aufregen und dich darüber aufregen kann, wie? wie? wie man? wie? wo sehe ich meinen Operator? ähm Combat Record Combat Record weiß auch nicht, Career? da, 6900 9150 was? nein wo ist das? wo? was? warte, score? welches, welches ist das? es müsste das XP sein eben nein, das ist Progress to Specialist ja, ich weiss, aber man sieht eben nicht die gesamte XP ah, drück mal drauf, drück mal drauf und dann dann sieht's ok du hast einfach noch eins höherer Sicht, du Spass also wie viel ich weiss nicht ich brauche noch ich brauche noch tausend XP und dann bin ich im nächsten ID f F juhu GAY GET RECKED hahaha Du hast dann das war's dann für die erste Episode es wurde okay dann ich weiss nicht wie häufig waren mit dem Buch das werden wir noch entscheiden das werdet ihr schon mehr an ihr werdet es merken wahrscheinlich ja hoffentlich so dann ich regelmäßig kommen wir Zeit auch bis heute Zeit haben wir nehmen uns Zeit sagen wir so ok wichtig also dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal tschüss tschüss